Hupi Hup, das Malbuch! Oh, wer ist das? Das ist ein Hase. Und los geht's! Rot, grün, grau, dunkelgrau, gelb, hellblau, orange. Wer ist denn das? Das ist ein Fuchs. Schau mal, wer ist das? Das ist ein Wolf. Und weiter geht's. Bek, bek. Rot, grün, grau, dunkelgrau, gelb, hellblau, braun. Was ist das? Piep, piep. Wow, wer ist das? Das ist doch ein Bär. Tschüss, Hupi Hup. Abonnier den KinderclubTV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag. Musik 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 Vielen Dank.